Peter. Machst du dann ein Nebenquest? Hm. Das ist halt auch so was, ne? Dann machst du hier in Wollland 2 ein Nebenquest und dann bist du einfach mal in God-Hype. Was jetzt? Machst du dir das nicht ständig? Andauernd. Hm. Aber nicht in den Nebenquest. So, ich quatsch mit Lilith, okay? Mhm. Die Kinder des Firehawks sind nicht mehr. Das ist Kultquatsch. Oh, es gibt ein Schild. Hm. Hast du den Skill leichtfüßig? Äh, ne. Schade, weil hier wäre nämlich ein Banshee-Klassmod. Weniger Gesundheit. Ähm. Und in Memoriam mit den Abhöraufnahmen, nun da der Schlüffler tot ist und seine Aufnahmen zerstört sind, hat Taperian weiter im Dunkeln. Hm. Psycho-Kopf habe ich da bekommen. Echt? Oh ja, ich habe einen Kopf bekommen. Sagt nichts Schlechtes habe ich bekommen. Neuer? Sagt nichts, sie ist grün. Ich habe einen Skin und einen Kopf für euch. Einen legendären Schild haben wir bekommen. Ja, hab ich nicht vorgelesen. Ja, ich habe ein Schild verstanden, aber nicht legendär. Aus der Asche wird sie sich erheben. Ich habe nicht legendär verstanden. Aber der hat nur 170 Sch... Äh... Schutz. Jo, aber Nova Schaden wie sonst was. Lade, Nova... Was ist Nova Schaden? Wenn der Schaden, wenn der Schaden, wenn der Schild leer geht, dann kommt so eine Explosion. Ich würde sagen, dann probiere ich den halt mal. Aber der ist echt schlecht. Alter, du solltest niemals, Tim, niemals legendäre Sachen unterschätzen. Es ist nicht einfach so. Es ist nicht einfach eine blaue mit einem Dings oder eine goldene mit einem Dings. Das heißt wirklich, jede legendäre hat wirklich große Vorteile. Ohne Witz, wenn du das nicht wertschätzt, nehme ich alle deine legendären Sachen und scheiß drauf. Und dann kommt wieder der Tim, oh, ich habe ein Level weniger als ihr, weil du nichts tötest. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil du keinen Schaden machst. Verstehe ich gar nicht. Ja, weil du legendären Waffen einfach fallen lässt hier. Sag mal. Ah, schön. Sehr hübsch. Steht hier. Nächstes Auge. Wer will eine... Hier, kannst du einsammeln. Habe ich schon. Beides, ja. Kein nichts Schlechtes. Ich nehme nur den Kopf. Nimm den Skin auch mal. Wenn der sonst keiner will. Mikromancer. Okay. Träumchen. Mhm. Dankeschön. Gut, dass wir das geklärt haben. So. Mhm. Probiert jetzt mal aus, das Schild. Schwer bewaffnet. Ja, werden wir ja mal gucken. Okay. 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 Ob du hier... Ob ich recht hatte? Ja, das muss... Okay. Das muss erst investiert werden. Okay. 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 Weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid, ja? Weißt du Bescheid, ja? Aber Tim nicht mehr lange, Marco. Tim nicht mehr lange. Ich hab dann jetzt die Hauptquest. Also ich hab halt jetzt nur ein Schild von 94. Bring dich um! Wirklich groß gesagt haben. Ja, das ist doch eigentlich gut. Also... Und dann... Dann geht der oft kaputt. Dann machst du oft die Nova. Und dann teilst du... Oh, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... So. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann holt nach Sanctuary. Ah! Er hat sich guckt. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Ich weiß nicht, diese Crimson Raiders hören sich. Ich find eure Titel geil, ne? Wir haben einen Scharfschützenfeind, eine Witch, Schmerzfleisch und einen Katalysator. Äh... Wo steht das? Ja, unter deinem Namen auf der linken Seite. Ach so. Level 13 Schmerzfleisch, ja. Du bist ein Schmerzfleisch, ja. Okay. Das kommt einfach mit dem Level, oder? Nein, nein, nein. Das kommt mit deinem Klassenmod. Das ist immer die Überschrift des Klassenmods. Ja. Was hab ich denn grad drin? Ich weiß es gar nicht. Schmerzfleisch. Ja. Klassenmod Schmerzfleisch. Gesundheitsregeneration und... Ach so. Okay. Okay, ich pote, wo müssen wir hin? Mh... Da wo die... Ja. Symbol drin steht. Ah, okay. Die Horns, weil die... Oh, okay. Wir müssen daheim, wo wir... ...gehen. Mein Charakter ist irgendwann gut, äh, mit legendären, ähm, Schilden, by the way. Also, das wär mal Fall, wenn... ...mal sowas droppt, wenn ich das dann haben könnte. Ja, die werden schildert. Genau. Ja, kann man's, kann man's nie fahren lassen. Das ist lieb. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Setz sagt, ich bin verpflichtet, euch zu sagen, dass ich kein legendärer... Ey, was passiert denn hier? Hä? Wären wir abgeschossen? Oder was? Ja, ich hab irgendwas... Irgendwas hab ich... Ich glaub, das war der Schild. Ja, das war mein Schild jetzt am Ende, aber... Ey, wie ist das halt einfach einmal hier weg? Wie ist das weg? Wie ist das weg? Hältin, passiert das ganz unten hier. Echt? Also, Lex. Die Superroboter Radale! Ja, wo seid ihr? Wo bist du? Wo bist du? Du rennst schon wieder... Äh? Wo seid ihr? Wir sind immer noch hier bei dem... bei dem Hotel. Bei dem Schwein. Bei mir. Ja. Ja. Geh direkt vor dir jetzt. Ja, jetzt ist er wieder hier, aber vorher war er ja in den Bergen irgendwo. Echt? Nimmst du irgendwas? Oder... Was ist das denn? Was? Weil irgendwie... Ja. Weil irgendwie... ja... Ja, aber eigentlich nicht töten, weil Tim kriegt die ganzen Erfahrungen nicht. Ja. der macht fünfmal... Der macht fünfmal... Sechsmal... Sechsmal... Sieben... Man sieht auch nichts mehr, ne? Das ist auch cool. Echt krass. Mich hat gestern irgend so'n richtig fieses Vieh gestochen. Das tut richtig weh. Das ist jetzt so... Da hat's so ne Blutblase gebildet. Und das Drück juckt so richtig fürchterlich. Also... Wabalabadabdab! Archi, archi, archi. Wabalabadabdab! Ja, genau. Wabalabadabdab. Ne, ich juckt das nicht. Aber es juckt. Es juckt. Ich weiß was. Ich juckt das nicht, dass es... Ich juckt. Nein, es juckt mich sehr viel, dass es juckt. Aber ich jucke das nicht. Weil ich darf nicht. Ach so. Ja, wenn du das nicht juckst, dann juckt dich das nicht. Also mich juckt das. Aber ich jucke nicht. Wenn das wirklich ein schlimmes Ding ist, mach da meistens ein Pflaster drauf. Oder so'n bisschen. Ja, ne, das ist zu großflächig. So. Ja, das geht nicht. Also... Dann kann man halt nur an dem Pflaster... Weißt du, ne? Ja, aber ne. Ich kratze einfach nicht. Selbstbeherrschung ist ja am Start. Na gut. Mit Stärkhalt, dieser Stich. Musst du ihn nur ablenken. Beherrschung? Ja, genau. Okay, Marco, du kannst, äh... Hm. Let's blow this city into ashes. Exactly. Exactly. Bis jetzt wurde nur gefragt, warum ich mich selber einem Psycho nenne. Das war ein bisschen traurig. Na hallo, Shadow. Er war bei Labbadabba, rette mich, ich sterbe. Oder so, ne? Ne, ja, eigentlich so. Ähm. Ach, das war das mit dem, äh... den jungen Jugendlichen. Das war das. Ja, genau. Ja, genau. Let's, äh, Tiny Rig. Tiny Rig! Tiny Rig! Tiny Rigs! Guck mal. I'm gonna die. Ja, ja, ich öffne das Tor! Guck mal eigentlich. Hey, ihr Idioten! Das ist keits von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geisel befreien! Tiltet sie! Was? Nein! Was ist ein Bullshit? So kommst du nicht hier im Damm-Rein-Kolle? Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in einem Truck ankommst, der wie einer von Jahren aussieht! Red mit meiner Verwandten draußen in The Dust! Dem er sorgt für so ein episch... Uh, seine Verwandte! Ah! Ich wohne weit draußen im Banditengebiet! Seid vorsichtig, Amigo! Im Ernst! So, holen wir mal weg, dann. Ja. Ab zur Eli's! Die Dummen hätten uns fast ins Tor gemacht! Haha, die die Dummen...? Wir haben noch gerufen, versteh ich nicht. Sollte ich auch mal machen! He History auf der Stadtgalerie halten! Dup Dup! Mal gucken wir mal was zu hier! Der Händ rett erkommt? Was? Du warst stundenlang nicht am Eko! Hatte schon Angst, du wurdest getrillt oder so. Hä? Aber, das wolltest du nicht. Also, juchu und so. Parking jetzt stundenlang, ne? Oh, Achtung! Da ist ein Copter! Oh Gott. Aha, was macht der? Ist der böse? Ist egal. Der hat's doch gar nicht angegriffen. Oh, da sind gerade zwei Banditen rausgeflogen. Alter, die fliegen da ja brennend raus. Okay. Okay. Können wir mal zu erledigen? Ja. Okay. Ähm. Und wie geht es euch sonst so, schreibt Lennox. Gut mal, ein bisschen müde. Ich hab gestern ziemlich lang gearbeitet. Mich hart gearbeitet. Aber alles fein. Alles fein. Nur müde. Weißt du, was du gegen hilft? Kaffee. Oder Tee. Ja, ich hab's so. Kannst du mir nochmal schwarz? Also ein Wasser kochen? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Dick. Elli. Likes. Cuddling. Mh. 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 Das war super. Ja, mit der will ich aber nicht. Oh, hi. Habt dich gar nicht gesehen. Hallo, Elli ist ne Süße. Was hast du? Elli ist wirklich ne Süße. Also Elli ist wirklich ne Süße. Ich sitze sehr oberflächlich da. Die hat doch überzeugende Argumente. Dass man sie leiden kann. Ich mein, guck mal, die trägt einen Schraubenschlüssel mit. Welche Frau macht das schon? Und die hat einen Dosenhalter. Ja, überzeugt. Ja, und die hat ein Blümchen an ihrer Hosentasche. Das ist auch cute. Wunderbar. Ja. Ich finde, der hat auch ein paar mehr Schraubenzieher versteckt. Nee. Danke, guck mal. Du willst dein Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Blatschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtruck von denen aufkreuz. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Cool. Nein, Fehler. Naja, ich hab ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditenteko aufmotzen. Zarken, Blut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Du musst ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzieherat von den Wracks holen und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Mach dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Ich bin ein Trampolin. Habe ich das hier schon ausprobiert? Was denn? Das ist gut, was hier drin ist. Also, okay, ja. Ich bin doch nicht. Also, aber cool, cool, dass ihr euch versteht. Hallo? Ich gebe nicht mit. Tschüss, du fliegst gerade auf den Mond bei mir. Ich habe meine Head-to-Ride-Spazierende zum Laufen gekriegt. Ich will in deinen Hintern in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. Nur 600 Dollar. Das ist okay. Wo ist denn der Schein da? An der Seite, oder warum? Willst du bei mir auch mal? Ciao. Auf Wiedersehen, die kann ich raushüpfen. Nein, nein, nein! Alter, da kommt mir richtig viel Blut raus. Wuuu! Ich bin halt saftig. Da ist kein Blut zu fern. Ich habe leise getrunken. Hier ist der Mikro-Mans am Mods. In grün. Oh, geil! Ich komme. Wo? Wo ist hier? Gerade gestorben, leider. Ich habe kein Geld mehr. Ich muss meine alles looten. Zinsen, Mann. Was ist das denn? Wozu braucht man eine Abholung? Ich storte, ich weiß die auch nicht. Kleiner, leichter, schneller. Ich guck mal hier. Kleiner, leichter, schneller. Kleiner, leichter, schneller. Loll, da ist eine Granate, die aussieht wie so ein Asthma. Man kann Raketen kaufen. Wheelie? Ja. Ah. Ne, das kann ich leider gar nicht verbrauchen. Schade. Ja, das sehe ich jetzt erst bei der Granate. Bitte? Die Granate sieht aus wie ein Asthma-Spray. Ne. Hä? 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 Welche Granate, Mann? Hm. Welche? Die war der, äh, Armutarm. Der Angebot ist vorsichtig. So. Das ist ein Asthma-Spray. Ein Inhalator. Kann ich leider nicht gucken. Ah, jetzt. Echt? Die Granate im Angebot. Die Granate im Angebot. Ja. Haltet euch fern, wenn ihr nicht rausgehen wollt. Ah, jau. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Hat ein bisschen gedauert. Ja, hab ich nicht erkannt irgendwie. Sorry. Ich guckte halt die ganze Zeit oben drauf. Und immer so, hä? Muss da nicht so ein Tup-Tup dabei sein? Ja. Okay, wir drin. Wir können ja auch eine Kuss annehmen. Oh, jau. Oh, mach mal eben. Nice. Ich nächstes Mal eben nochmal in den Chat. Ich hoffe, beim Kallen kann man da noch atmen. Ja, Mann. Ey, Elli ist süß. Sag nichts gegen Elli Lennox. Hallo? Hallo? Die ist knuffig. Das ist eine kleine Cutie. Elli ist toll. Gefahrenbereich. Wir bringen eine Feuer- oder Explosionswaffe mit. Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Kontertrupp geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psycho-Kopf-Holleball. Klau ihnen die Bälle und verbrennen ihr Netz. Okay. Okay. I'm ready. Ach, guck mal. Da sind schon Truppe. Sollen wir die moxen? Moxen, moxen, moxen. Ist nicht gegen sie. Nur je nachdem, wie sie eindrückt dann. Ja, ja. Schon verstanden. Schon verstanden. Das sind halt besonders süße Kadets der Liebe. Oh mein Gott. Yeah. Huiiii. Leute, kommt ihr. Ja, wir sind auch da. Geil. Wir können die noch ein bisschen sammeln eigentlich. Ja, das geht ja auf dem Weg auch. Ja. 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 Dann sind wir fertig. Ja. 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 Mekomancer. M. Ja. 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 Tschüss. Angepisster. Ich will gleich einen Tee machen. Angepisste Androiden. Nein. Nicht gut. Tschüss dann. Kannst du mein Dings einsammeln, Tim? Da ist noch eins drauf. Hm, hab ich. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wohin geh ich überhaupt jetzt? Wahrscheinlich stirbst du gleich. Bis dann. Bis dann. Der respawnt wahrscheinlich gleich. Oh, lol. Ist der Fallschirm. Sorry. Ich geh. Der ist vor dem noch nicht, hallo. Wie weit, wie weit geht der weg? Ich fahr mal kurz zu Tim und guck mal. Schau mir mal. Ich will mal. Warum sollte man einen Androiden anpissen? Ja, weil das Psychos sind. Deswegen. Es sind Psychos. Einfach Psychos. Hm. Ja, Black, you are Gwenny. Was meinst genau? Oh, das ist, glaub ich, hier. Wirst du gleich gegen knallen. Du darfst nicht gegen diese Karawane fahren. Okay. Warum? Das Auto ist explodiert. Man sieht sich Tim. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tim ist weg. Das Tor geht zu. Du bist tot? Ja. Oh. Überraschend. Ich war auf einmal unter der Erde. Ich bin gesprungen. Wir kommen. Was? 686. Für den Spaß. Tja. Wegen dem Knudeln dich da gewinnen. Achso, lol. Wusstest du, dass ich Berührungsängste hab? Wusstest du, dass mir das meistens verurrungen ist? Ohne Scheiß. Aber ich trau mich das nie zu sagen. Ah! Du kannst doch nicht hier einfach rein fahren, hallo? Ich kann doch hier einfach stehen bleiben. Du kannst doch nicht hier einfach stehen bleiben. Wir müssen hin. Ich fahr einfach, ne? Ah, ich will da oben. Ich will da oben. Ich bin gleich Mufasa, Leute. Nice. Oder wenigstens der... Wie heißt du mal der Affe? Der Affe heißt doch... Ne. Sekunde, Sekunde. Ah! Schipen, ja! Kannst du mal bitte zurückfahren? Ja, sprünge in das Coptercamp. Ja, ja. Kannst du mal bitte zurückfahren? Ja, ja. Kannst du mal bitte zurückfahren? Ich will das machen. Kannst du mal zurückfahren? Ihr wacht an mir gerade aufm Berg rum. So, ne, ihr macht es nicht mehr. Ja. Okay, ich fahr rückwärts. Ja, so. Ich möchte aber einen großen Anlauf. Oh mein Gott, das wird richtig lässig. Was ist denn das? Ups, ja, ich bin da. Okay, ich fahr. Wollah! Bist du bereit, Schatzo? Ja. Okay, okay, okay. Und jetzt! Huaaahhh! Du bist im Camp? Du bist wirklich ein Cowboy! Jetzt schnapp dir die Volleybelle und etwas Jack treibst! Äh, ich rupe mal. Wie hupt man? Ja, wir sollen die Kopter-Piloten abfliegen. Das ist ein Goliath. Schlag den Kopf ab. Oh, hab ich, hab ich, hab ich. Oh, der hat Laune. Wie? Kannst ja mal probieren. Oh, der Goliath hat richtig Bock. Oh, unser Auto ist fast kaputt, ne? Ich steig mal aus. Oh, ich steig auch aus, weil der Goliath kommt nämlich jetzt. Oh, ja, der hat Bock, der hat Bock. Oh! Hilfe! Oh mein Gott, der hat mal einen Scherp. Ja, okay, der ist tot. Der ist tot. Das war meine Supernova, I'm sorry. Ah, passiert. Du bist einfach eine Supernova. Ich glaube, da wurde nicht erwähnt. Ich muss Freya hinhalten. Okay, freut sich bestimmt. Ist nicht okay. 14. Also wir gehen hier rein und murksen, richtig? Ja. Geil, ich bin drin und murkse. Aber hier vorne liegt auch noch was. Ich nehme es mal mit. Einen Kopf. Oder ist ein Wolliwahl? Oder ist ein Wolliwahl? Wolliwahl, die machen Schaden. Natürlich, so wie wir. Ja, nee. Doch, klar. Wir machen Schaden. Wolliwahl. Wiu, wiu. Ach, diese Vollwärtsgranate, die levelt mir, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Oh, hier ist ein Teil abgesprungen. Stopp dir einfach das Zeug. Du hast keine Zeit nachzudenken. Wenn du nachdenkst, wirst du tot. Ach, warte. Oh, hier ist so ein Ding hier gefallen. Volliwahl. Wir töten... ...viele Leute für... ...Volliwahl. Klar. Ein Ranziger-Volliwahl war es sogar. Für vier Volliwälle. Au, au, au. Au, au, au. Ah, mit vier Volliwälle sind es ja fertig. Oh, shit. Komme, ich komme. Oh nein, ich sterbe auch. Du kannst mich nicht stoppen. Wo ist denn noch einer? In der Luft. Ich bin ein Kipf. Kevin habe ich. Ich habe Birke. Dankeschön. Sehr lieb von euch. Danke. Das sind deine Probleme. Die Hörer. Ähm, muchas gracias, señor. Die machen schaden. Mi amigo. Kannst du mal rauskriegen, was scharfer auf Spanisch heißt? Dann antworte ich da. Ein bisschen schöner. Bist du auch nicht diejenige, die Spanisch kann? Ähm. Nee, ich kann zwei Wörter. Ich heil dich. Ich kann zwei Wörter auf Spanisch. Das ist, ähm... Dankeschön. Ein ruhiger Unterschied. Aha. Differenz, ja, oder so. Kein mehr als Zwölf, Wörter. Ich kann... K-Tal. D-Dada. Mehr als mehr Wörter. K-Tal. Punkt, Punkt, Punkt. D-Dada. Das war's. Oh. Okay. Ah, nice. Aber krieg das mal raus, was scharfer ist. Ich kann auch Pollo sagen. Pollo ist, äh... Chicken. Hühnchen. El Pollo, ja. El Pollo, loco. Genau. Oder das Pollo, rojo. Das rote Hühnchen. Das Pollo ist Almanas. Da sind die Hühnchenbrüder. Das Ding ist, ich kann wesentlich mehr Spanisch verstehen, als reden. Und ganz häufig ist das so, Leute sagen mir was. Und ich hab die Wörter auch nie gehört, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich darauf an... Also, ich weiß, was gemeint ist, aber ich so stolz mache. So stolz. Das hab ich aber teilweise auch. Richtig cool, oder? Kommt man sich so geil vor. Als hätte man einfach die Welt geknackt. Ich weiß auch nicht. Ich rette mich eben. Ja, bei mir kommt es, weil ich Französisch kann und weil es vieles nicht ähnlich anhört, kann man das ableiten irgendwie. Ja, da beneide ich dich. Ich hatte ja Latein extra aus dem Grund, dass ich auch ableiten kann, aber ich kann Scheiß ableiten. Das ist voll ja Bullshit. Äh, ableiten. Benediktum, allediktum. Äh, ableiten, genau. Keine Ahnung. Irrahumanum es, kleiner. Irrahumanum es. Was heißt das? Irren ist menschlich. Ah, okay. Ja. Ja, falsch bin ich. Oh nein, ich wollte dich rätzen, ich bin selber gestorben. Weil er nicht funktioniert. Hallo, ich drück manchmal hier, aber es passiert nichts. Siehst du ein Herzchen tatsächlich? Oh. Ist da noch einer? Bei mir wird es manchmal geil angezeigt, dass du teils bist. Ich spüre alles. Ja, das habe ich auch, aber. Aber ich fände ihn ja. Das ist manchmal echt verzögert. Ich komme. Jetzt kann ich Kleinhold sehen. Oh, ich bin auch gestorben. Ja. Ah, Quattro, kommt da. Tim muss zu er. Oh, da hinten sind noch Marauder. Ich hole die mal, weil dann können wir die auch töten. Mann, ich kann nicht retzen. Jetzt. Hallo, ich sehe den Tunnel. Ha, geschafft. Ich komme. Ich kann auch retzen. Aber haben wir gut gemacht, oder? Ich wechsle mal das Schild. Das ist zwar toll mit diesen Explosionen. Aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist halt echt lange down. Also, ich mag's. Veni, Vidi, 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 Vidi. Ja, Vidi ist Italiano, aber Vidi ist Lateino. Nein, Vidi, 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 Vidi. Ich habe das noch nie als Vidi gehört. Halt! Ja, doch. Also, die lateinische Aussprache ist eigentlich die deutsche Aussprache. Angeblich. Also, alles da an See. Kaputt zum Beispiel heißt Kopf. Das finde ich ganz witzig. Was? Kaputt ist der Kopf auch für Latein. Das habe ich mir gemerkt. Das ist auch kaputt. Oh, ein Sniper, ne? Ja, guck hier mal, die Sniper an diesen Schaden gemacht. Der ist einfach mit nix zufrieden, der Tim, ne? Verkaufte, ja, ist gut. Ist einfach mit nichts zufrieden. Wenn's nicht Gold ist, glitzert und nur für... Du musst dich auch nicht mit allem zufrieden geben. Du musst hohe Standards haben im Leben. Mit allem ist aber nicht mit nichts. Du hast uns als Freunde. Du bist einfach zufrieden hier. Ja, damit gebe ich mich hier offensichtlich zufrieden. Ich glaube nicht so oft, wie du dich beschwerst. Du musst mir das Netz anzünden hier. Oh, guck mal, hier ist ein Volleyball-Fell. Das ist ja witzig. Ja, das ist doch... Hä? Du musst das mir anzünden. Hast du auf die Mission geachtet, was wir waren? Ja, ich habe auf die Mission geachtet. Aber ich dachte, das wäre einfach zusätzlich das Netz. Okay, hast du dir denn die ranzigen Volleybälle angeguckt? Ja, und ich dachte, oh, wie ranzig. Jetzt denke ich ihr Volleyball-Netz mit Treibstoff und kauf dir die Vassalle. Okay. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Das dürfte sie aufgescheucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitlopen Volleyball, ihr Arschluss. Mal ohne Hemd ist hier. Also weil der nicht mitspielen durfte, will er das... Das soll man sagen. Das ist echt... Das sind die Typen, die mich rausgeschmissen haben. Ja, wir müssen einfach töten. Jo, ich kämpfe jetzt auch um mein Überleben. Ja. Oh, ich glaube, ich werde auch gar nicht sterben. Oh, letzte Sekunde. Ich komme, ich komme. Ich retze, ich retze, ich retze. Ich retze, ich retze, Tim, ich renne. Ich komme. Oh, perfekt, perfekt. Das war so knapp, aber schade, ey. Der Mann ohne Hemd, da ist ein Riesenproblem. Den haben wir doch, oder? Nee, da hinten. Ach, noch einer. Ich bin neu gespornen. Ja, ja, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, keine Ahnung. Wir können halt nicht nicht angreifen, weil sonst sind wir leider frei. Doch, doch, doch. Ah, Klapp, Klapp. 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 Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp, Klapp. Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp, Klapp. Klapp, du bist ja ein Klapp-Trap. Klapp. Klapp, Klapp. Das ist ja immer Klapp-Trap. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Alter, was Du kreuzt. Da kommst Du. Götterstück ein Abblut. Götterstück ein Abblut. Klapp, Klapp, Klapp. Ich bin durch. Uh, uh. Ich muss zum Blut. Ich muss zum Blut. Ich muss zum Blut. Alter. Blut oder Blut? Mach mal was, mach mal ein bisschen mehr Sport so wie du grunst. Ich glaub, das wär... So lange man lebt, soll man rauchen. Nee, das glaub ich nicht. So, lebst du den Autos? Das schwächt deine Sport-Effektivität. Bullshit. Seid ihr eher Pro-Raucher oder Anti-Raucher? Anti? Ja, klar. Ich auch. Ich kenn tatsächlich total wenige Leute, die Pro-Raucher sind. Also es ist so wenig Rauch mittlerweile. Früher, also vor unserer Zeit. In den 80ern war das wohl so, dass fast alle... Oh, was ist das denn schönes? Fast alle geraucht haben. Die Leute wissen halt mittlerweile... Ich bin in den letzten Jahrzehnten extrem zurückgegangen zum Glück. Ja, weil's wahrscheinlich auch ziemlich teuer geworden ist. Und nicht mehr so trendy. Und man halt auch weiß, dass es ernsthafte, krasse Schäden macht. Früher wusste man, ja, ist nicht so gut für den Körper. Aber auch Pizza ist nicht so gut für den Körper. Und was schaufeln wir uns da gerne rein? Pizza. Ja. Aber was halt grad zur Zeit echt im Com ist und was nicht so gut ist, sind diese Vapes. Wie sag ich? Ja, das ist eigentlich... Einmal Vapes. Ja, Leute sagen, das ist nicht ungesund. Aber das ist halt Bullshit. Also du kriegst wohl andere Sachen, wenn du das brauchst. Ja. Es setzt sich auf den Turm und auf diese... dieser Dampf, diese... diese... diese Zeugen. Und da gibt's halt noch keine Langzeitstudien davon. Ja. Aber es ist... Aber es ist... offensichtlich viel... also es ist nicht besser, als es... könnte es sogar schlimmer sein. Ja, also mir wurde gesagt von so Vapern, die den Shit auch geraucht haben und so weiter, dass sie sowas haben wie... weiß ich nicht. Also nicht alle, ne? Es waren so zwei, die mir das erzählt haben, dass sie davon ergeblich so zusammengebrochen sind und pipapo. Und ich dachte, okay, liegt das daran? Und einfach wohl nicht getrunken und gegessen hast, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber, ähm... man ist sich auf jeden Fall einig, dass es nicht gesund ist. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Okay, wollen wir? Ist eigentlich gefilterte Luft gesund, weil wenn ich zum Beispiel oben bin in meinem Studio und ich mach dann irgendwas für meine Kunstprojekte und so weiter fertig, hab ich immer so eine fette Maske an, so eine richtig krasse Gasmaske, ne? Mit dementsprechenden Filtern. Und, ähm, ich hab mal das Gefühl, dass, also, ich merk das immer, wenn ich danach singe oder so, dass meine Stimme ziemlich broken. Ist das ungesund? Gefilterte Luft? Na, nicht die gefilterte Luft, aber... Ähm, das passiert halt relativ schnell, also du musst die halt regelmäßig sauber machen, desinfizieren, den Filter wechseln und so weiter. Hm. Ja. Okay. Geil. Oder du holst dir eine Zaufrufmaske. Hm. Aber das ist ja das gleiche. Also eine Atemschutzmaske. Aber die musst du auch... Jesus, was aber... ...Macheten benutzen. Hm. Und du brauchst, äh... Du brauchst, ähm, du brauchst, ähm, Zaufrufmaske. Oh lol, Marco, ich hab, glaub ich, jetzt fünfmal abgeschossen. Unser Auto ist fast kaputt, Schatz, so. Unser Auto. Ja. Du siehst einfach mal weg. Ja, du, du siehst mal weg. Oh. Nevermind. Hast du den hochgehoben? Oh, okay, unser Auto ist auch weg. Aber ich hab einen kaputt gehauen. Schön. Ich hab mein Reifen geklaut. Hast du jetzt bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen. Aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird als unbedingt nötig. Als unbedingt nötig. Das ist nett. War nötig. Irgendwie süß, oder? Wie sie sich sorgt um ihren Roland. Ja, also... Ja, irgendwie... Roland ist ein Netter. Ja, ja, sie sorgt sich schon um ihn, aber irgendwie so... So auf jede Art und Weise, ja, es ist halt... Eher ne komische... Die haben ne komische Art Beziehung. Die ist halt nicht so ein Beziehungsdod. Eher so ein... Nicht so Beziehungsdod. Aber dann irgendwie doch so... Ja, schon so gerne ne Beziehung, aber total awkward. Ja. Passt. So Bonnie und Clyde mäßig. Nee, Bonnie und Clyde nicht. Gar nicht. Hallo Tim, raus da! Hallo, ist meiner! Hallo, hallo, hallo! Oh, lol! Tim! Nice. Ist ja... Uh... Wie ist einfach hier die Flitter machen mit meinem Liebsten? Hallo? Ups, falsches Auto. Was mach ich denn jetzt hier in Hawaii in der verliebten Suite? Das wär aber schon richtig witzig. Ich hab auch vorhin das Gehen falsche Auto und auf einmal so bist du in Hawaii oder Honolulu oder was weiß ich. Ja, vor allem ups, falscher Beifahrer. Hallo. Ja, ich dachte, das wär der Taxifahrer. Das ist so die letzten fünf Stunden gar nicht aufgefahren. Oh ja. Und du wunderst dich zwar, dass es im Auto schon Kaviar und Shampoos gab, ne, aber kann ja sein. Nein. Ist halt vielleicht ne Bahncard drin oder so. Ja, man weiß es ja nicht. Schön. Was ist hier? Das stimmt. Aber das ist eine richtig witzige Geschichte. Ich wünschte, sie wäre wahr. Also nicht mit dir, Tim. Aber ich wünschte, das hättest du ihn echt schon gegeben. Ich würd mich so kaputt lachen. Was denn? Erinnerst du dich? Erinner ich mich? Highlands. Nee. Das ist ein Verkaufi. Das ist ein Verkaufi. Mach mal kurz verkaufen. Ja. Erinner ich mich? Das ist ein Verkaufi. Die sind nicht sehr. Ist der... Highlands. Nee. Ich fahr' hier aber auf. Ich weiß auch nicht mehr was genau. Ja. Warte, ich fahr' einmal hin. Ich bin da. Hier vorne. Highlands. War das hier vorne? Ja, hier vorne. Oh ja, irgendwas war hier. Aber ich weiß nicht mal was. Also es klingelt. Sag mal hallo. Sag halt mal hallo. Irgenduut oder so. Warum ist denn jemand? Warum ist das hier komplett leer? Oh, dann müssen wir erst nach Lynchwood. Bissen wir nach Lynchwood? Oh, ich erinnere mich an Lynchwood. Ja, aber ich glaube, da kommt ja noch eine Quest. Marco, gehst du? Marco? 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 Bist du da etwa außerhalb? Oh, das ging schnell. Warte, du lebst aber bei mir noch, Marco. Nee, vergiss es. Ja? Nee. Ja gut, dahinten gibt's Blut. Man muss nur schnell genug sein. Mach dich mal unsichtbar. Da ist eine Kiste unter uns. Was ist da? Was ist das? Nein, nein, hier ist schon jemand gespawnt, aber das war immer zusätzlich. Ja. Und rein. War schon irgendein Dodi, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Dodi, ich erinnere mich nur noch das da an Dodi. Aber die Crew sehen mich auch nicht unsichtbar finden. Aber ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. Aber ich weiß, Lynchboot, da war was. Da war was, ja. Da war was. Ich glaube, so Holz. Und Lynches. Ich weiß, äh, ich weiß. Tim? Tim? Was? Ich kann nie geben, nee. Nur weil du mit dem sicheren Auto fahren willst. Ja. Sorry, dass ich leben will. So, wieso kriege ich jetzt schon wieder was ab? Ich weiß nicht, wie geht es da hin? Und so, sie schreibt, Tim! Ah, schön. Ob hier noch irgendwo Banditen sind. Achso, die, die beim Muckstum sind ja, die spawnen auch immer neu. Ja, irgendwie nicht, ne? Da, die spawnen neu. Oh. Aber ich kann natürlich auch im Auto fahren. Uppala. Nee, das bin ich schon beim Auto. Das ist schon wirklich okay. Nein. Keine Funktion. Ja, bringen sie her, dann machen wir die Startklar. Nice. Oh, müssen wir dann in ein Auto rein? Der was? Immer dieser Tim. Einfach ein Lausebub. Der ist ein Lausebub. Das ist ein Lauseschaf. 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 Das ist ein bisschen altes Wort. Lauseschaf. 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 Ne, ein Lauseschaf, würde ich sagen. Eindeutig, oder? Ich glaube, es ist auch nur Lausbengel noch. Ja. Oder eine Laus. Ah, ja. Da ist noch ein Typ mit uns reingekommen. Was? Darf der das? Wo denn? Ah, ja. Ich hab... Nö, ist doch weg. Weißt, wir helfen uns gar nicht. Die stehen da. Heidi Doody. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Ich hoffe, du bist geimpft. Hat der gerade was gesagt, oder? Zum neuen verbesserten Catch-a-Ride, oder? Ja, man wollte es einfach überbrauchen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Verkaufen. Verkaufen. Ja klar, mein vieles Geld belastet mich echt. Ah, ich hab noch deine Klassenmobilge. Ach so, ja. Kannst du verkaufen, passt schon. Die ist weiß gewesen. Ich wollte nur nicht, dass das Geld flöten geht. Kapitalismus. Wow. Ja. Oh, oh. Oh je, Mini. Ah, hier ist ne Treppe. Ich rede mit, Heidi. Okay. Ich hab deine Karriere fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Ach, verlass mich gerade. Wir kosten uns Geld, die Modifikation. Teile anbinden. Ne, wir müssen die Teile anbinden. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-a-Ride-System reinkriegen. Aha. Was passiert hier? Ah. Jetzt kannst du dir an jedem Catch-a-Ride so ein Banditengefähr versorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Keule? Das wird auch ne Nebenmare. Ich sag, wir haben jetzt schon große Namen. Das schaff ich schon selber. Das wird auch ne Nebenmast. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, dann hast du diese Brüderhauben-Ornamente gesehen, die die Ho-Dumps von ihr gemacht haben? Ich glaub, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Kammenschlägen in welche von diesen Kornamenten bringen? Du musst echt mal die In-Game-Voice lauter machen. Das Problem ist, wenn man in den Shop geht, dann quatscht der halt genauso laut. Ich weiß. Aber ich hab das so gemacht, alle Stimmen sind jetzt bei mir lauter als eure Stimmen. Das heißt, auf alle ne Nebenmast. Die Stimme im Shop ist genauso laut wie jede andere Stimme. Ach so. Dann kannst du die halt auch laut machen. Ach, ja, ja, okay, sorry. Das hab ich missverstanden. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, also. Weil das Schild kann ich nicht so schlecht. Oh, das ist aber wirklich was für Marco. Zusätzlicher Schaden, Nahkampfschaden, wenn es aufgebraucht ist. Das ist der Roid-Schaden, ne? Was auch immer das ist. Das ist auch schon so was, ja.